Dann einmal die Quest annehmen. Eine Gabe des Lichts bringt die Essenz des Lichts in den Niederdicht-Tiegel. Aha. Jo, mach mal. Und so bekommen wir dann wahrscheinlich den Niederdicht-Tiegel freigeschaltet. Sehr schön. Dann direkt zurück. Quest abgeben. Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. So, das brennende Herz benutzt die Navigationskonsole, um zur Antorischen Ödnis zu gelangen. Wir bekommen Weltquests von Krokun. Schaltet den Zugang zu Weltquests in Krokun frei. Und Weltquests der Antorischen Ödnis. Ah ja. Und dann wollen wir das doch mal machen. Nun seht euch ihre an. Das Herz der Legion. Schon bald werde ich es ihr herausreißen. Das Böse rückt näher. Ja, dann. Hier. Hier müssen wir dann. Aber hier ist doch noch gar nicht alles freigeschaltet. Nö. Hier drüben fehlt ja noch was. Und hier fehlt was. Hm. Komisch. So. Dann einmal darüber. Da kommen keine ewig langen Klappen. Was haben sie meiner Welt angetan? Ei, 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 ei. Sieht schlimm aus. Werdet ihr euch unsere Sorge? So, Quest beenden. Und wir werden beschossen. Auch gut. Sicherung einer Stellung. Reist in die Antorische Ödnis und platziert das lichtgeschmiedete Signal. So, wir müssen mit ihm jetzt sprechen. Und einmal nach unten. So, hier da das Signal platzieren. Das sollte reichen. Ich füge die Koordinaten unserer Signalmatrix hinzu. Und jetzt müssen wir mit... Ah, hier. Sprecht mit Aleria am Halt des Lichts. Ihr erlernt Lichtgeschmied... Halt des Lichts. Wir sind so weit gekommen. Unsere Truppen sind dem Feind zahlenmäßig unterlegen. Unterstützt sie so gut ihr könnt. Aleria hat den Oberbefehl dort. Sie kann euch sagen, wo ihr gebraucht werdet. Und wir... Moment. Weltquests muss ich anmachen. Wir bekommen alle Weltquests angezeigt. Gucken, ob es irgendwas Interessantes gibt. Nicht wirklich. Hier haben wir was. Ui. Das ist aber... Nix doch... Ture für Ture. Okay. Und wir müssen jetzt hier hin reiten. Gucken, was hier drüben für... Quests sind. Ursa-Geräte. Ursa-Geräte. Das ist was für... Ähm... Schmiede-Kunst und so weiter. Als Kier-Treiber auf Argus verfügbare Quests. Okay. Eine Talie. Eine Talie. Boah. Also die Quest müssen wir auf jeden Fall machen. 18 Stunden haben wir dazu noch. Und hier wieder ein lebendiges Artefakt. Ich würde sagen, wir machen die hier dann. Na, ich würde die doch gar nicht verfolgen. So. Gut, dann reiten wir erstmal... ...wahrscheinlich hier hoch. Und hier entlang. Du lässt mich mal schön in Ruhe. Genau. So. Wo müssen wir denn hier lang? Ähm... Puh. Hier. Ein Dämon treibt da vorne sein Unwesen. Streckt ihn nieder. Im Namen von Azeroth. Ja, können wir machen. Hier stehen nämlich schon... ...zwo Stücke, die den auch machen wollen. Und unsere Späder haben herausgefunden... ...wo sich einige der fähigsten Piloten der Legion versammeln. Das wäre die perfekte Gelegenheit, sie auszuschalten. Desaster-Profezeiung. Bloß auch bei Schatten Schaden. Wie viel? Ja, nicht so viel. Gut, da haben wir gleich schon mal... ...eine Welt-Quest gemacht. Äh... ...müssen wir auch gucken, wo wir... ...betäubter Zustand... ...auch gut. Ähm... ...ah, das war der Hortler hier. Drecksack. Ich habe mich schon gefragt, warum wir davon betäubt werden. Mal schauen, wo wir da Ruf bekommen. Und tschüss. Ich habe ein beeindruckendes Taktikgespür. Kein Wunder, dass die Legion euch fürchten gelernt hat. Verschleierter Agonit. Okay. So, wir müssen einmal quer hier rüber. Was ist das? Unsterb... So, wo haben wir denn bekommen? Armee des Lichts. So, hier ist der nächste. Da bekommen wir wieder teufelserfüllter Artillerie-Katalysator. Das ist dann... ...Artefakt macht, genau. So, der müsste ja gleich wiederkommen. Und von den neuen Stoffen haben wir auch schon bekommen. Und zwar hier lichtgewirktes Tuch. Na komm. Mal gucken, wie viel Leben der gleich hat. Wo will der denn hin? Wow, scheiße. 106 Millionen. 106 Millionen. Wow. Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh, Mann. Ja, wie wäre es mal mit einer Gruppe hier? Gruppe finden. Toll. Hätte ich vielleicht mal anklicken sollen. Und natürlich sind die auf dem anderen Server. Es war ja nicht anders zu erwarten. Und hier müssen wir eh runter, klar. Also gleich. Wir gucken gleich nochmal, ob wir eine Gruppe finden. Da gehen Leute rein. So. Das ist doch nicht wahr. So. 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 Zwischendurch mal eine Heilung raushauen, ist nicht ganz verkehrt. Ey. Und gleich ist er down. So, wir verlassen mal die Gruppe, dann kommen wir nämlich wieder hier von dem Server weg. Und wir müssen hier irgendwie runter. Toll. Wir sind jetzt hier auf dem Server Ragnaros gelandet. Was natürlich sehr toll ist, weil Ragnaros glaube ich ein Hordenserver ist. Ähm. Ja, was müssen wir denn hier jetzt machen? Ah, hier. Aktivieren. Hä? Ach, wir müssen da vorne zu Aleria. Grüße. Wir tun, was wir tun müssen. Für jene, die wir lieben. So, Quest beenden. Es ist ein guter Tag für die Jagd. Nett von euch hier vorbeizuschauen. Ich habe hier mehr Gegner als Pfeile im Köcher. Und du? Nutzt jede Waffe, die euch zur Verfügung steht. Sprecht mit Torallion. Behaltet stets euer Ziel im Blick. Also müssen wir wieder nach oben. Ähm. Da vorne steht er. Er lässt seine Frau kämpfen und steht hier oben. Auch gut. So. Wir kämpfen gemeinsam. Quest beenden. Der Angriff beginnt. Also. Das erste haben wir abgeschlossen. Wir müssen uns vorbereiten, um eine Chance zu haben. Die Armee des Lichts ist bereit. Ähm. Möge das Licht uns lecken. Ich will kurz was gucken. Abzeichnen. Verschleierter Agonit 29. Okay. Also wir brauchen hier beim nächsten 50 makellose Agonite. Äh. Das wird ja was. Gut. Ich sag mal, wir machen morgen weiter. Dann. Bis morgen. Tschüss.